Ich habe selber bei der Firma WIA gelernt, man kann bei uns von Lehrling bis zum Baumeister aufteilen. Von jeder Altersklasse ist einer dabei. Mit der kann man sich richtig gut verstehen und das unterstützt ja jeder. Man hat einfach das Gefühl, man schafft gemeinsam was. Bei uns ist keiner Nummer. Wenn der Chef durch die Halle geht, erkennt er nicht. Wir arbeiten wie eine Familie zusammen. Ich würde mich drauf freuen, drauf schnuppern und ein paar Lehrlinge vorbeischauen. Untertitelung des ZDF, 2020